h er brüllt oh mein Gott oh mein Gott Jace ja mann ein Blitzcrank ein Blitzcrank Trindemir Talon oh Gott nein Talon ich glaub er hat Trindemir ah ne Jungle Tier hat den Noob Talon ist scheiße, aber den krieg ich den krieg ich ja der blinkt dir eh vor der Nase weg macht nichts aus das kann er nicht er kann nur auf dich zublinken er kann auch von dir wegblinken er kann auch von dir wegblinken einmal in Todsicherheit unter den Tower bei Talon reingegangen um ihn zu machen er hat einfach so ein Ulti gemacht und ich bin da hab mich im Kreis gedreht unterm Tower das scheiße wo ist er denn hat er mich noch gekriegt so ne scheiße tja wie was war das Wort ach richtig Noob äh Erik ist nicht gut schick'n äh Clairvoyance er ist voll oh man aber er ist nicht so weit sollt' ich Amor nehmen Florian? ja weil du gegen Talon bist ja raiden wir wir in Blue drunter geht wahrscheinlich zum Red zum Start ja können wir machen ja können wir machen go go schick'n 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 wofür denn auch rin 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 Jetzt sagen wir gehen hinten rum. Oh ja. Nein, nein, wir gehen vorne rum. Also was denn jetzt? Hier lang. Ah, ich bin so langsam. Oh, wir gehen ganz vorne rum. Wartet doch mal, wartet doch mal. Wie ihr schön wartet. Ja komm, einfach rein da. Wir klopfen jetzt mal an die Tür. Denk dran, die haben Clear Voins. Ja, die werden willkommen ihren eigenen Blue Clear Voinsen. Wir wollen fahren und feststellen, dass er nicht da ist. Was hast du? Ja, du kannst back gehen. Sapphire. Einer sollte sich da oben hinstellen, dass wir Sicht haben, falls da jemand kommt. So, genau. Pulle und laufe dann weg. Hier, hier, hier. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Oh, wär ich mal da geblieben, hätte ich mir das Firstbird geholt. Warum hast du Firstbird genommen, Tarek? Nug. Ich hab meine Auto-Ticker gesetzt. Wir bleiben hier, ja? Er kommt in 10 Sekunden, ist denn nicht wieder hier? Wer pullt oder pulle ich? Ich pulle. Okay, der pulle es. Ich pulle, verdammt nochmal. Ich hab's doch schon gesagt wohin. Joel, kannst du bitte da oben stehen bleiben, wo du standst? Nein. Okay. Komm, wir gehen gleich wieder hin. Ja. Und aus der Range von Gunnam raus, wenn der in Käse ist. Okay, jetzt hast du wahrscheinlich die P bekommen. Jetzt steht da auf seine Lane. Ani, du in die Mitte. Ich hab Jace oben. Ah ne, die Mitte ist da. Ja, ist okay dann. Ich lache euch hier unten. Okay. Was baue ich aus der Armor? Da musst du erstmal gar nichts draus bauen. Erstmal danach Schuhe und... Dann... ...macht glaub ich auch Physical Damage. Ich würde Heart of Gold dann vielleicht, keine Ahnung, wie viel Schaden du nimmst. Wenn du aggressiv spielen willst, dann Blute leiser. Bleib vorsichtig mit Fist. Da kann der Böse sein. Oh, Tarek ist natürlich schon ein bisschen Counter gegen Tailin, fällt mir grad auf. Mhm. Das Tailin bei euch Bot, das kotzt mich voran. Das bin ich vor lang. Weil er es gerne möchte, ich respektier das doch bitte. Teiße, echt. Ah. Respect that. Komm, wir haben eine Double Melee Lane, da muss was gehen. In Wir power. Schion show show. Ich wurde dem Fluss. Da brauch ich die Angst für... ...auto vorharmisch. Soll er mal nach vorne kommen, die hässlichen? Er hat Angst. Natürlich hat er Angst, er ist irgendwie. Oh, da kommt der Tarek hier schon raus. Jetzt... ...push die shit aus der Tower. Kommst du klar oder bist du klar? Es gibt noch nicht viele Leute, die gut mit Jace sind. Also jetzt... ...seine Acceleration Gates ist irgendwie immer völlig... Der Bot kann ich gerade vergessen, sehe ich das richtig? Äh, ja. Ja. Nicht gankable at all, ever. Könntest du mal Counter ganken, äh, junglen? Gegen... ...Tundermeer. Oh. I don't know, man. An einer kurz... Anni, wir können noch kurz Fizz ärgern, aber für mehr als ärgern wird's nicht reichen. Bist du bereit? Ja. 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 Bist du... Gleich mal schön gedodged. Das Fasse. Baaats! Oh, ja. Follow up and so. Da war doch was. Mit klarheit. Alright, ich finde ich wollte einen Lasthitten, den habe ich nicht mehr bekommen. ... mit den Klenkern! ... mit den Telen in die Telen getrennt... ... mit den Telen in die Telen bekommt... ... oder Tarek? ... oder beide? ... Telen geht glaube ich zurück... ... aber wir sind voll ist das wohl... ... doch nicht! ... das war so... ... aber wo ist unser Ignite eigentlich? ... das ist nicht... ... jetzt geht er weg... ... jetzt geht er weg... ... doch nicht... ... wo ist Hunger? ... nicht bei uns... ... Kerntop würde ich da mal sagen... ... komm wir gehen weg... ... ich mag das denn nicht auch... ... ich hab sogar First Blood... ... so viel Geld... ... kein First Blood... ... das mundot mir natürlich schon sehr... ... undotest dir... ... absolut ja... ... das ist schwer zu glauben... ... das ist schwer zu glauben... ... come on Corki... ... oh mein Gott... ... must stun Corki... ... Sapphire... ... for Divinity... ... unsere Lane push glaube ich gleich raus... ... du warst aber nicht Backkill, ne? ... gar noch nicht... ... trink deinen Health Pot... ... und komm dann mal vielleicht zu uns... ... ja... ... lauf Arnie... ... hast du ein Glück... ... zu uns... ... Arnie geh back... ... geh back... ... das ist kein Glück... ... das ist kein Glück... ... ok... ... schön... ... ja man... ... Kill Lane und so... ... und ich lecke... ... ja bei mir leckt es auch komisch ein bisschen... ... aber... ... es reicht trotzdem... ... dann ihm wieder into range kommt... ... gib ihm... ... reicht leider nicht... ... reicht leider nicht... ... lass... ... unsere Lane push aber trotzdem noch... ... von daher... ... ich walt grad weg... ... ich kann aber das nächste Spot kommen... ... wenn ihr wollt... ... ja ist aber keiner mehr da... ... aber... ... ja... ... kannst du in unsere Richtung kommen... ... mach die Brace... ... ja... ok... ... und dann vielleicht... ... ist jemand da... ... da ist... ... da ist... ... da ist Talend schon wieder... ... Arnie weg da... ... Laufen! Joahh... ... ohohohohohoh... ... ich freue mich wenn du level 6 wirst... ... hm... ... das ist level 4... ... er ist gerade richtig... ... nach oben gelaufen... ... jaja ähm... ... nein... ... er kommt wieder... ... Entschwinde mir ist in der Mitte... ... Na dann blei denn spi im Moment... ... vorsichtig... ... ich meine ein paar Autotecks ab... ... dann müsste ich mit Mana fahren... ... verd Achte creep... ... nee... ... blei hinten... Der Trinder könnte mal wieder kommen. Oh, macht gar keinen Schaden. Ich bin mal B. Oh verdammt, ich hab grad deren Blue genommen. Tarek, kannst du mir entgegenkommen? Ja, bin dabei. Der Fitz kommt! Oh mein Gott, da sind ein bisschen... Facken alle, lauf, lauf. Danke Tarek. Naja, ich hab ja nicht viel gemacht. Ich bin nur hingelaufen. Es hat gereicht, ich glaube es nachher ich ein Problem gehabt. Ja, das glaub ich allerdings auch. Nee, wirklich Esser Smilz. Wirklich. Kann's auch mit uns sprechen. Ich wein. Habgesehen davon, dass ich gerade nur für's schon reingelaufen bin. Oh Tarek, no last, it's for you. Sapphire for Divinity. Der Talon hat 26 Lastsits. Gut. Der Talon hat 24 hat 70. Ruby for Vigor. Okay, okay, okay. Hast du. Das kann ich nen ganzen Tag lang machen. All day long. Olaf soll ich top kommen? Nee, ich kriegste halten, ist schon gut. Ach der im Ganken! Dann Anni. Vorsicht in der Mitte... Ich bin das immer zu spät. Tja, au, die Rocket hätte ja durchaus treffen können. Eigentlich hat die das auch, okay. So, kannst du mal Mitte kommen? Ja. Habe ich mir auch gerade überlegt. Anni, ich bin da, wir warten, bis die weiter nach vorne kommen. LOL! Was macht der Tarik denn jetzt bitte für ein Play? Ich weiß auch nicht. Level 6 geworden und gleich schön draufgeklickt, oder was? Was ist da noch anders? Okay. Aber er springt eh wieder weg. Oh, schön. Oh, fuck. Ich bin ges... Ne, ich bin nicht gesitint. Ich hab nur noch keine... Ha, ich krieg erst Raketen nach einer bestimmten Zeit. Fuck. Sehr schön, Anni. Schön. Das machen wir hier mal kurz den Tower weg. Aber pass auf, dass dich der Thunder nicht killt. Also, halt dich recht. Anni, halt dich recht. Okay, da ist er schon. Können wir Dragon machen? Ja, das können wir. Dann los. Dann brauchen wir aber ein bisschen Damage hier. Ja. Das ist Tarik am besten tanken. Immer besser, wenn jemand tankt, der nicht so viel Schaden macht, weil... Dein Tag Speed wird dadurch reduziert, Aaron Wolf. Aha. Anni, sei vorsichtig, wenn Fitz wiederkommt. Die Big One! 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 Okay, go. Okay, go! Und wir haben ein Warts in den Busch da! Höh, ich weiß noch gar nicht, dass wir kommen. Jaaa! Wer weiß noch gar nicht, dass wir kommen. Hoch, hoch, hoch! Läuft einer unten rum? Korki? Er will sich im Tower subsiden, oder? So wird das wohl nix tellen. Da ist Trönt, ne? Schön, schön. Ey, nicht so nur schlau von ihm. Er kommt Mitte. Wird gern back gehen, weil ich keinen Mana mehr hab. Aber wir pushen hier noch ein bisschen raus. Die eine sei vorsichtig, wenn die beide da sind. Der Tröntler kann inzwischen nämlich auch unter seinen Tau. Andi, lass dich nicht nach vorne locken. Ne, du gehst zu weit hinten. Der Tröntler hat eine Fähigkeit, die ihn für 5 Sekunden unsterblich macht. Unsterblich? Unversterblich? Ja, genau. Du erzählst mir hier wieder einen. Vom Pferd, Mann. Vom Pferd. Fuuuck. Pferde überall, Bro. Sehr schön, oder? Oh, das Game so one-sided. Wir carry ihn noch, Mann. Wieso ist noch keiner gestorben aus unserem Team? Kendura lässt den Level-Durchschnitt aber ordentlich sinken hier. Oh, boah. Dafür kommt sie als Leblon gegen Fisklar. Das ist Weihwild. Ja, ich kann den Manusrenkel durch Depp. Nein. Kelk, weißt du wann der nächste Blue-Buffer den Gegner ist? Kannst du mir den donaten irgendwie? Äh, das müsste in ungefähr 3 Minuten der Fall sein. 2 Minuten? Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir! Bei mir! Oh, 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 ja, okay. No! Better take them last hits. Ah, come on! Ah, so slow! Oh, fuck! Oh, fuck! Okay, deren Blue-Buff ist jetzt schon da. Ich hab mich leicht vertan. Torian, lauf mal ein bisschen weg von ihm. GG, easy! Oh, Mann! Oh, komm, komm! Rocket, Mann! Oh, fuck! Ja! Joa! Wo-wo-wo-wo ist er? Er ist tot, Mann! Ich hab... Was denn? Du hast ihn gemacht? Nee, du hast ihn gemacht aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund! Äh, Corky, willst du den Blue-Buffer farben? Ja! Oh, ja, das will ich gut sehen! Du hast einen Kill bekommen. Ich weiß nicht warum, aber du hast ihn bekommen. Warte, ich muss hier kurz noch die Lane pushen. Ja. Ja, der von meines Wrigels prockt nicht, dann passt das. Irgendwann wünscht man Gank Top brauchen, ne? Bar-Trip, meint ich. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Wo kommst du mal in der Mitte? Kann ich gleich machen, ich muss... Da! Nicht mehr hinten, nicht mehr hinten! Oh, wo ist die Bladed Armer? Danke, danke. Oh, shit. Dieses Leap to the Sky countert mir das... Ah, nee, ich grüße kurz den Wettbewerb, dann komme ich in die Mitte. Wicke, vom Haken, du. Ja, ran, da, wo ist die True Damage, Olaf? Wo ist sie? Wo? Steh hinter dir, Mann. Aber du stirbst nicht. Nein, du lebst. What the fuck macht der da? Nein! Das war echt Pech. Wenn's dich beruhigt, ich hab nur den Kill von dir aufgeplayt, auf der Rest war ich schon nicht mehr da. Sehr gut, du bist ein wahrer Freund. Okay, Ani, ich bin da. Ja, ich bin da. Okay. Also, wenn du... Wenn du hinweist, dann komme ich auch. Was? Okay. Oren, kannst du top halten? Fuck! Kann der mal eine Rakete fressen? Oh, verdammt. Okay, Ani, bist du bereit? Wie laden sie so ultra langsam auf? Autotec ich ihn jetzt halt. Dann ihn mal ins geht. Okay, lass das Ani, das gut sein. Er ist geflasht, das reicht mir. Der erste. Machen wir jetzt den Tower? Ähm, nein, ich gehe oben zu Trinder mehr. Also, du kannst den Tower dich ausprobieren. Ich hab Ghost. Also, du kannst das dem Tower lassen. Ich hab keinen Ghost. Ja, ich bin in der Nähe. Ohohoho. Warte, mach mal. Ohohoho. Oh, was war das? Was hat denn da so ein Schaden gemacht? Hast du überhaupt gequittet, oder wie? Ich hab keine Crit-Chance. 0,0. Ich glaube, ich die... Ich hab mal für den Mission von Lutalizern. Oh mein Gott, was ist denn da los? Hast du einen Lutalizer schon? Ja, nice. Los, wir pushen jetzt. Da ist er noch. Wollen wir den Tower-F? Naja, wir können den Tower pushen. Ah. Laub weiter, ich hab meinen Ulti bereit. Gut, ich komme. Würdest du gerne, ja? Sehr schön. Bleib ihn doch jetzt. Bleibst du hier und machst den Tower? Ja. Okay, ich komme jetzt nicht. Moment. Wo bist du? Ach, da bist du erst. Und los geht's. Da war aber gerade kein Mana. Oh los, komm, das riecht nach Double Kill. Da hat kein Mana. Und raus. Passt. Talen kommt. Talen, ja. Raus zieht. Hm, ich stehe zu weit weg von dir. Egal, passt. 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 Killing oder was? Ha? Oder was? Okay, Tower und dann... Okay, wir lassen hier. Die Schüß machen das doch. Ich aber auch. Ich muss meine Structures Destroyed Stuts aufbrechen. Da könnt ihr mal auf in die Plays zu machen, das bin ich nicht gewöhnt. Das verwirrt mich. Alter, wir machen hier die Kill Lane. Mich auch. Die Kill Lane. Opportunity Force. Hörst du mich? Die Kill Lane. Oh ja, Mann. Nehme ich mal Mana Potions mit. Anni, weg da. Mitte, Vorsicht. Okay, ich geh jetzt in die Mitte. Soll ich nicht kurz den Dragon machen, wenn einer von euch da ist? Ja, dann machen wir den Dragon. Ich bin noch ziemlich weit hinten. Lass lieber jemand anders denken bei der NHP. Ist das top noch? Ich glaube, ich laufe auch gerade erst noch hin. Ähm, oder... Ich weiß nicht, wenn wir den Fist kriegen können, dann sollten wir ihn machen. Ich hab Exhaust. Der ist noch ein zweiter Böse. Der ist noch ein zweiter Böse. Wacken, go. Warum flippt der nicht? Er hat extra meine Fähigkeiten auf. Spaß dafür. Dragon? Ich hab 5 Ability Power, leckere ich nicht mehr. Von Ignite hast du 5 Ability Power. Ah. Von dem Cooldown. Wir müssen Bot gehen, um zu Deffen. Ihr schlugt? Oder? Alle hinter dir. Roll for insight. Ja, okay, komm, wir machen. Wir machen einfach. Oh, macht keinen Angle. Dann pushe ich halt raus. Bleibt hier, Creeps! Your team has destroyed a turret. Sapphire. Okay, die kommen gleich alle von hinten auch nicht. Hier, hier, hier hin. Die werden gleich gegangt. Okay, wenn sie weiter da bleiben, dann verlieren sie halt den Tower. Ja, dann Deffen wir die. Wer wird da gerade gekillt? Ich muss dir mal helfen. Nein, Turion! Du hässlicher! Mein Triple Kill!